Im letzten Video besprachen wir, wie David Surland, Battlefield Leader Producer bei DICE, über das nächste Battlefield gesprochen hat. Heute haben wir weitere Informationen zum nächsten Battlefield und ebenfalls zu Season 7 erhalten. Heute habe ich Battlefield 4 Gameplay mit eingepackt ins Video. Ich hoffe, ihr freut euch und habt ein bisschen Old Feeling auf dieses Video hier. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben dauernd ein Abo, das supportet mich. EA sagt, dass sie nach ikonischer Neuerscheinungen bezüglich Battlefield und anderen Entwicklungen über das Geschäftsjahr 2025 hinausgehen. Erwarten sie also frühestens im April 2025 ein neues Spiel. Somit können wir davon ausgehen, dass wir im April höchstwahrscheinlich die ersten richtigen Teaser bekommen und dann Ende des Jahres, wie wir es gewohnt sind, das nächste Battlefield. Somit bekommen wir im Jahre 2024 eine sehr große Lücke bis zum nächsten Teil. Hoffen wir mal sehr, dass DICE sich dafür entscheidet, weitere Seasons zu veröffentlichen für Battlefield 2042. Denn wenn sie es nicht machen, haben wir einen sehr langen Leerlauf. Dies schadet natürlich 2042, sowie auch die restliche Battlefield-Gemeinschaft. Weiter schreibt EA, wir investieren in die Zukunft des Battlefield-Franchises. Unsere außergewöhnlichen Teams aus mehreren Weltklasse-Studios, die mit modernster Frostbitechnologie arbeiten, bauen ein umfangreiches, auf die Community ausgerichtetes Battlefield-Universum für Fans. So Android Wilson EA, Quartal 3 2024. Dies ist natürlich alles, was wir schon aus Battlefield 2042 kennen. Mehrere Studios arbeiten an dem Spiel. Es wird unglaublich geil. Next Generation mit mehr Spielern und mehr Zerstörung. Was wir Endeffekt bekamen, sehen wir ja an 2042. Deswegen überstürzt hier gar nichts. Auch wenn dann die ersten Pre-Orders losgehen im nächsten Jahr. Ihr müsst erstmal abwarten und selber sehen und eure Meinung bilden in der Beta, ob die Entwickler ihr Versprechen halten können. Vergleicht euch nicht mit uns Cratern. Denn wir müssen das Spiel vorbestellen oder bekommen es sogar gestellt von den Entwicklern für die Werbung, die wir für die machen. Ebenfalls ist das ja auch unser Hobby, Slash-Arbeit, um euch auf dem neuesten Stand zu halten rund um Battlefield. Wenn ich jetzt aber kein YouTube machen würde, würde ich auf gar keinen Fall vorbestellen. Andrew Wilson meldet sich auch zu Battlefield 2042 zur Season 7. Er schreibt, unser Team arbeitet hart daran, die Community immer ansprechende Live-Dienste zu bieten. Wie die jüngsten Ankündigungen von Battlefield 2042... 2042... 40... 40... 40... Season 7 mit neuen Karten und wöchentlichen Missionen und vieles mehr auszustatten. Die Community von Battlefield 2042 wächst weiter. Die Gesamtzahl der Spieler ist im Vergleich zum Vorjahr um 17% gestiegen. Und die Live-Dienste der 6. Season sorgen für starkes Engagement. Wobei der wöchentliche Durchschnittsnutzer im Jahresvergleich um 37% gestiegen ist. Somit ist glaube ich gar nicht mehr auszuschließen, dass wir sogar mehr Seasons bekommen werden für Battlefield 2042. Geschätzt sind ja immer noch 9 Seasons. Mal gucken, ob wir doch noch mehr bekommen. Schreib mir doch mal in die Kommentare, das würde mich wirklich interessieren. Was meinst du, wie viele Seasons bekommt Battlefield 2042? 8, 9, 10, 11? Das würde mich wirklich interessieren. In meinem letzten Video haben wir darüber gesprochen, dass seit dem letzten Update, wo jetzt veröffentlicht wurde, der Squad-Zuschauer-Modifikator endlich unter benutzerdefinierte Erlebnisse verfügbar ist. Bedeutet, wenn ihr euch einen eigenen Server erstellt unter Battlefield Portal, könnt ihr diese Sache aktivieren. Um es leichter zu erklären, seht ihr es ja bereits. Es ist einfach der Spawn-Bildschirm. Bei diesem seht ihr, ob es denn in der Nähe sicher ist, bei seinen Kollegen zu spawnen oder nicht. Könnte ich direkt sterben oder nicht. Das war seit Release an bei anderen Battlefield-Teilen standardmäßig drin. Und hier wird es als Zusatz-Content verkauft, fast zwei Jahre später. Weit hinaus habe ich auch unter meinem Community-Post schon etwas gepostet dazu. Und zwar gibt es neue Bundles im Spiel. So wie ebenfalls ist das Plüschtier-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-Easter-E jetzt endlich so sein sollte, wie es von Anfang ein sein musste oder sagt ihr, das Ding haben sie total jetzt verrunzt. Am Ende wollte ich euch noch mitteilen, dass ich ja beim EA Creator Network bin. Das bedeutet, ich kann für euch, wenn ich zur Season 7 eingeladen werde, euch frühzeitig Informationen auf meinem Kanal veröffentlichen, sodass ihr, bevor die ganze Sache public wird, euch hier einen guten Einblick machen könnt, wie die Season 7 wird. Deswegen abonniert gerne rein, das supportet mich extrem und zeigt mir, dass euch meine Videos gefallen. Bis zum nächsten Mal.